Hallo, ich bin Jens Olf und ich leite die Volltextversorgung an der TIB. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, was macht so eine Volltextversorgung eigentlich? Nun, als TIB haben wir über die Jahrzehnte einen riesigen und einzigartigen Bestand aufgebaut. So gibt es bei uns beispielsweise über 66.000 Fachzeitschriften aus aller Welt, zum Teil sehr spezielle Fachjournals, unter anderem das Journal of Happiness Studies. Dazu kommt unser wirklich umfangreicher Bestand an sogenannter grauer Literatur, der immerhin 62 Prozent unseres Gesamtbestandes ausmacht. Das ist Literatur, die nicht im kommerziellen Handel zu finden ist, zum Beispiel Forschungsberichte oder Konferenzbände. Für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Hochschulen und Universitäten, in Forschungseinrichtungen, aber auch in der Industrie und Wirtschaft sind das natürlich hochinteressante und wichtige Quellen für ihre Arbeit. Und ein zuverlässiger und auch schneller Zugriff darauf ist wichtig, um wissenschaftliche und technische Entwicklungen voranzutreiben und auch um wettbewerbsfähig zu bleiben. Wir von der TIB Volltextversorgung bilden mit unseren Services und das ist dabei die Schnittstelle zwischen diesen Forschenden und den wissenschaftlichen Informationen. Dabei helfen wir als Spezialistinnen und Spezialisten mit unserer Recherche-Expertise und finden auch in den entlegensten Winkeln der TIB und bei Bedarf auch in anderen Bibliotheken die passenden Quellen, die unsere Kundinnen und Kunden für ihre Forschung benötigen. Allein in den letzten zehn Jahren haben wir so über zwei Millionen Dokumente ausgeliefert. Mehr und mehr auch Open Access. Also wenn ihr mal einen Forschungsbericht über Insektenlaser, Informationen über selbstheilende Fahrzeuglacke, einen Fachaufsatz zum Thema Muschelkleber oder irgendetwas anderes für eure Arbeit benötigt. Wir kümmern uns gerne darum. Bis denn!